Wir haben Nikolai. Wir bringen ihn in ein Versteck nach Hamburg. Ankunft 0700. Ende. Was zum Teufel nochmal ist das? Erkehren wir mal los! Ist alles noch dran? Los! Los jetzt! Wir müssen los bevor die Suchtrupps hier sind. Gibt es Verluste? Paulson und beide Piloten sind tot, Sir. Scheiße! Okay, der Evakuierungspunkt ist nicht weit von dir. Machen wir uns auf den Weg. Bravo 6. Baseplate hier. AC-130, Luftunterstützung ist unterwegs. Es dauert aber eine Weile, bis Sie in Angriffsposition sind. Verstanden. Bravo 6, Ende. Eine AC-130, was? Hab lange nicht mehr damit gearbeitet. Sir, da kommen Fahrzeuge aus den Lauten. Unter die Brücke da, Bewegung! Alles klar, gehen wir! Achtung! Wir haben Gesellschaft! Was ist hier passiert? Was ist das? Nein, wir müssen uns blöden. Wir wissen, dass ihr sie irgendwo beherrscht habt. Wer schützt? O was du sagst? Okay, erledigen wir diese Bastarde, bevor sie den alten Mann töten. Bereich gesichert. Alles klar, weiter jetzt. Scheinwerfer, runter! Unten bleiben. Unten bleiben. Unten bleiben. Der Helien fährt sich. Los jetzt! Kontakt auf 6 Uhr. Feuer wieder! Jetzt, wir halten Sie auf. Mach sofort diese Kellertür auf. Bin dabei. Die Tür ist offen, da. Rein ins Haus. Los, los! So, vorgehen und nach einem Ausgang suchen. So, vorgehen und nach einem Ausgang suchen. Es ist zu ruhig. Wo zum Teufel sind die hin? Sie formieren sich vielleicht neu. Versuchen uns weiter vorne den Weg abzuschneiden. Wachsam bleiben! Wachsam bleiben! Wachsam bleiben! Wachsam bleiben! Ich bin der Schmutz! Der Helikopter ist zurück. Offensichtlich wissen Sie nicht, wo wir sind. Das sollte so bleiben. Alles klar. Weiter vorwärts. Bewegung. Achtung! Vorne an der Brücke sind waschen. Bleib bloß den Scheinwerfer kegeln. Los jetzt, aber unauffällig. Der Helikopter ist weg. Wir werden angegriffen. Feuer eröffnen! Feuer erwidern und weiter zum anderen Ende des Feldes. Bewegung! Halt den Ausschau nach dem Helikopter! Halt den Scheinwerfer! Halt den Scheinwerfer! Halt den Scheinwerfer! Halt den Scheinwerfer! Binnen für den Scheinwerfer! Geglaub Sie uns vor ... Binnen für den Scheinwerfer! R Anthony,jäne Herr! Binnen für den Scheinwerfer! Tüß! Binnen für den Scheinwerfer! Busch bestimmt das Ende reden! Ich bin hier, mich an hier! Ich bin hier, ich bin hier! Ich bin hier, ich bin hier! Der Helikopter dreht noch eine Runde. Sucht euch Weckung! Der Helikopter dreht noch eine Runde. Der Helikopter dreht noch eine Runde. Das wird schwer. Soap, noch eine Stinger und erneut feuern. Stellen wir ihn auf die Probe. Verdammt gut geschossen, Soap. Gute Arbeit, Soap. Alle Mann auf mein Kommando. Wir rücken ab. Achtung, Bravo 6. Diese AC-130 dringt gerade in eurem Luftraum ein. Ende. Bravo 6, Warhammer in Bereitschaft. Habt gehört, ihr könntet ein bisschen Hilfe gebrauchen. Gebt mir ein Ziel. Warhammer, Feuermission, Gefahr. Feindliche Panzer und Infanterie 100 Meter südwestlich unserer Position. Over. Verstanden, wir kommen. Verdammt geil, Kumpel! Bravo 6, wir geben Deckung auf dem Weg zur Evakuierungszone. Sie machen sich besser auf den Weg. Verstanden, Warhammer? Wir gehen jetzt los. Skatschung!